willkommen zurück zu einer weiteren folge wrc zweiter teil der griechenland porsche eskapade wir sind service park wir sollten jetzt wieder nur eine stage fahren für das nächste service park deshalb gehen wir mal noch nicht mit der karosserie aufhängung aber dann doch nicht lenkung aber auch bank aufhängung braucht kein mensch da habe ich auch gar keine reparatur aber dafür getriebe ja komm aber schon mal lichter perfekt das sollte hinhauen für eine stage wir fahren jetzt nicht nur eine stage dann wäre ziemlich doof ich hätte auch nachgucken können aber hey wir fahren eine stage reifen sind hart abgenutzt deshalb nehmen wir mal die harten die wechseln wir dann beim nächsten service park nicht verwenden sie weiter für zwei und drei der heute anzustehenden stages diese crew ist in einer großartigen position für die letzte etappe vor dem service sie haben sich hervorragend um den wagen gekümmert so dass kaum reparaturen an heile start leicht rechts 100 viel glück heile absolut heile scheinwerfer auf der fahrerseite versucht sogar zu blinzeln ich wollte gerade sequenziert schalten ist ja das war falsch statt ruhschalten war ich in der vier 1 leicht rechts 100 6 rechts macht auf acht auf vier übrigens spiel war es tatsächlich den ganzen tag aus das heißt wenn der bug noch da ist mit die kis zwei minuten langsamer dann soll man das erst in der nächsten stage bemerken die braucht immer nach dem spielneustart eine stage ist noch gut und die zweite dann die man dann fährt am neuen tag die ist dann wieder nix deshalb noch kann ich es nicht beurteilen aber eine sache die mir nicht aufgefallen ist das obere und untere bildschirm äh das ist das obere und und so angezeigt auf dem bildschirm also leicht versetzt ist wenn man das nicht auffällt dann ist es wohl nicht mehr da in drei rechts kurz 50 zwei rechts macht zu 40 scharf links eins rechts halb lang macht zu in drei links macht auf sehr lang und zwei rechts 30 leicht links macht zu zwei halb lang und späte drei rechts innen in sechs links 40 zwei rechts macht zu nicht schneiden 40 späte zwei links innen ich habe mich da schon wieder in der wand gesehen schön mit der nase eingetaucht 40 späte vier links und eins rechts 80 eins links 40 5 rechts 60 zwei rechts innen 40 vier links nicht schneiden in sechs rechts 60 wieder eine absolute sicherheitsfahrt sechs links sechs rechts 50 einfach ein bisschen vertrauen zu kriegen vier links macht zu in sechs links 60 und eventuell habe ich gerade noch Red Dead Redemption 2 gezeigt deshalb habe ich noch die Fahrphysik eines Pferdes drauf fünf rechts kurz 60 achtung fährt muss ich nicht schalten sonst hätte ich den zweiten Gang gerade perfekt getroffen 100 vier links macht zu in drei rechts macht auf in vier links nicht schneiden 30 eins rechts scharf in zwei links in vier rechts halb lang macht zu und sechs links in drei rechts macht auf ich sag mal was ist denn mit dem dritten los leicht rechts 50 drei links macht zu 50 drei links 60 sechs rechts halb lang langsam 60 späte kehre rechts 50 vier links kurz in sechs rechts lang bremsen in vier links macht zu in drei rechts in drei links kurz 40 verdeckt sechs links in sofort eins rechts 30 scharfe kehre links 30 drei links nicht schneiden 30 sechs rechts macht auf sehr lang und späte vier links in eins rechts kurz in zwei links und zwei links nicht schneiden und zwei rechts innen 80 50 späte vier links halb lang und drei rechts kurz in leicht links und vier rechts 60 leicht links über Kuppe und fünf rechts kurz in drei links 100 fünf rechts halb lang 50 hat wirklich eine sehr geschmeidige Fahrt macht zu vier kurz in fünf rechts kurz langsam 90 sechs links in schneiden zu rechts 30 und vier links halb lang 40 leicht rechts und sechs links kurz 70 Achtung sechs links wird enger in vier rechts macht zu in fünf links macht auf 80 kurz zwei links zwei rechts und fünf links 40 rechts halten in zwei links kurz und später zwei rechts halb lang macht zu 30 eins links macht auf fünf sehr lang 30 scharf rechts in zwei links macht auf 50 macht auf späte kehre rechts 70 eins links 30 leicht rechts und fünf links kurz sauber 40 Achtung leicht links in vier rechts kurz in vier links macht auf lang und leicht rechts in links überkuppel langsam 40 scharf rechts und kehre links und vier rechts macht zu drei und schmitte eins rechts und zwei links 60 rechts oh wow ich bin ordentlich auch gut bei diesem sektor von acht zehntel auf was war das jetzt drei oder vier sekunden drei rechts scharf in sechs links 110 fünf rechts kurz in leicht links überwellen 60 rechts halten in drei links kurz in sechs rechts 30 doppel achtung leicht links leicht rechts in scharf links kurz und kehre rechts und sechs rechts in sechs links langsam und abzweigung scharf links 40 leicht links 50 Achtung Kuppe in drei rechts überkreuzung 70 fünf links 30 leider ein bisschen zu früh die drei rätes angefahren das hätte schöner schöner trifft werden können oh Gott fünf links 60 vier links wird enger 30 zwei rechts 30 sechs links über Kuppe nach zu drei bei Kreuzung 40 scharf rechts und weiter links oh no oh macht auf vier lang nicht schneiden und zwei rechts scharf 30 bremsen Kuppe und kehre links 40 kehre rechts innen und vier links kurz 50 fünf rechts kurz 30 vier rechts in vier links und sechs rechts 30 langsam Kuppe 60 kehre links und leicht rechts macht zu Abzweigung scharf rechts in leicht links 50 leicht links 70 80 da habe ich bis nicht sehr voll mit der Kupplung nicht schneiden 80 er ist so bescheinert wie ich nachvollziehen kann in leicht links und fünf links bremsen 30 zwei rechts macht zu in vier links sehr lang und rechts über Kuppe Achtung in zwei rechts halb lang macht zu und späte kehre links und sechs rechts und drei links macht auf in vier links und sofort kehre rechts oh Gott hier bin ich ein bisschen aus dem Flow geraten alter Vater ich schaffe es aber wirklich jedes Mal Zeit einfach wegzuwerfen 30 weiter kehre links 30 drei links kurz in drei rechts sehr lang macht zu eins rechts kehre links 50 kehre rechts 50 scharf links 40 Achtung leicht links und drei rechts macht auf und macht zu eins rechts und scharf links in zwei rechts macht auf und macht zu oh no oh no oh yes eins rechts alter Vater ich struggle hier gar nicht richtig bei diesem Abschnitt und zwei links und vier links 30 scharfe kehre links und zwei rechts macht auf und abzweigung scharfe kehre rechts und scharf links 40 kehre links 50 abzweigung scharfe kehre rechts und eins links macht auf und macht zu kehre links abzweigung kehre rechts mach zu 30 70 nein schade ach schade ist eine lange Zeit zu gut aus aber die letzten zwei Sektoren die haben mich komplett gebrochen wieder das gute ist dass wir jetzt die letzten zwei gleich als die ersten zwei haben und dann jetzt richtig mit der Zeit wieder hoffentlich bergauf beziehungsweise bergab wir wollen ja Zeit gut machen wow ja das war scheiße war da 70 Sekunden jetzt kommt die Karosserie und die Lenkung und die Aufhängung und die Bremsen ein bisschen auf der Aufhängung ein bisschen weniger wie wir es damit Kompromiss Lenkung passt Karosserie passt Zeit ist noch zu viel da ich muss das doch noch irgendwie anders rein buttern können ich kann es ja nur komplett ersetzen 1 40 die Lenkung ist schon wichtig die sollte man haben ja komm it's fine mal mal ein Teil ansehen was was ist denn Teil ansehen I don't know konnte grad mit drei Teil ansehen drücken keine ahnung was es mir gebracht hat warum war die Zeit jetzt nur so wenig hab ich irgendwas verbockt eventuell wir trotzdem rein es wird alles besser Service viel Glück lieber Gott wir sind nicht dumm denn wir können auch andersrum Speed muss jetzt Speed sein oh also Speed ab jetzt oh no Speed ab jetzt oh wow da bin ich weit gerutscht oh ist weitergang 2 links kurz in scharf rechts nicht schneiden in frühe 1 links macht auf 30 2 links innen in leicht rechts 50 späte 1 rechts 50 späte kehre links warum wollte die Haube aufgehen was soll das 50 kehre rechts nicht schneiden 40 späte weite kehre links macht auf und 4 links macht zu in 3 rechts kurz 40 weite kehre rechts 30 1 links innen und 6 links kurz 40 kehre links und 4 rechts macht auf in 2 rechts kurz oh Gott oh Gott wie sich manchmal das Heck eindreht das ist Wahnsinn 30 1 links halb lang und 3 links kurz über kuppe in 4 rechts lang und 3 links wird enger und 6 rechts macht zu in leicht links 30 2 links macht auf macht zu 3 80 6 rechts 6 links nicht schneiden 70 langsam leicht rechts lang und abzweigung kehre links in 6 links und kehre rechts 50 links überkleide 30 habe ich dann wieder ein bisschen was gut gemacht links laut balken sieht es eigentlich nicht gut aus aber die coole erwischt mich 30 kehre rechts in kleine kuppe 40 2 links macht zu und 4 rechts aber wie vermutet Hanna sitzt weg auf viel entspannter bild hack antrieb bei irat ist es wieder umgekehrt und 6 rechts nach kreuzung in 6 rechts über kuppe 30 2 links und 5 rechts 50 5 Sekunden 5 5 5 6 irgendwo irgendwie schneller fahren 5 rechts scharf 30 und leicht links 40 3 links überkuppe überkreuzung 5 leicht rechts langsam 100 abzweigung scharf rechts nicht schneiden 30 leicht rechts leicht links 30 kehre links und scharf rechts kurz in 5 links 5 rechts 30 Achtung 6 links in 3 rechts kurz in 6 links 60 leicht rechts bremsen und 5 links 110 langsam Achtung 6 rechts und 3 links scharf in leicht rechts 90 3 rechts kurz und 2 links innen 60 2 rechts scharf und 1 links 30 3 links macht auf halb lang und kehre rechts und scharf links macht zu und 6 rechts in leicht links in 5 rechts halb lang macht zu in 4 links kurz wird enger in 6 rechts 40 und 4 rechts kurz in leicht links 30 späte 1 rechts 70 oh doppel oh oh scharf links macht zu 40 früh 2 rechts halb lang und scharf links 30 80 diese fahrräder wieder gelacht macht zu 1 macht zu 1 schönen zweiergang Griff besaut 30 1 links lang macht auf 40 2 rechts kurz in 6 links 6 rechts in 3 links scharf in 2 rechts kurz 80 6 rechts bremsen der rückstand ist gewaltig 6 rechts 6 links 40 3 rechts nicht schneiden macht auf 40 späte 1 links und 5 rechts 80 ich weiß ich wüsste jetzt nicht wo ich hier angasen soll 6 links bremsen in 4 rechts nicht schneiden macht auf 60 5 links macht zu 90 ich bin auch jetzt nicht der größte griechenland-Kofi in leicht rechts 80 3 links innen und 6 rechts in 3 links scharf in 4 rechts halb lang 100 übrigens wir sind in der zweiten Stage-Stelle nach dem Wüster und 2 rechts und 1 links kurz und 1 links doofes Wort in 4 rechts halb lang nicht schneiden nach dem ja in 6 links 70 nach dem Ausmachen der Konsole 5 links und später 2 rechts die K.I. ist immer noch ähm dominieren 30 scharf links in 4 rechts kurz 40 4 rechts in 3 links nicht schneiden in 3 rechts in 5 links 40 4 links macht zu in 5 rechts kurz bremsen Abschalten wenigstens halbwegs gehalten 60 5 links macht auf 70 3 rechts macht zu 40 2 rechts innen in 6 links 60 Achtung späte 3 links kurz in 5 rechts und 3 links macht auf 50 3 rechts kurz in scharf links kurz und 4 rechts und 3 links macht zu und früh 2 rechts nicht schneiden 100 Achtung späte 1 links in leicht rechts langsam 60 6 links kurz 30 1 rechts und scharf links kurz und 1 rechts halb lang macht auf 50 5 links 5 rechts und 3 links macht zu 70 Achtung 5 rechts in 6 links in 4 rechts innen 40 6 links 6 rechts bremsen 40 4 links in 3 rechts innen und gleich links ist unfassbar ich mach hier nichts gut wo ich so einen guten Sektor hatte und späte 2 rechts 80 spät scharf links kurz und früh 3 rechts 50 kehre rechts 50 3 links 50 ich wurde hier irgendwo beim Buselt weil die Strecke ging so lange klar nach links und erst im letzten Moment hat man diesen Rechtsknick gesehen da war ich gerade nicht sicher zwischen Nesca-Kurve und normal durchfahren ekelhaft Mittelmaß gefahren Boah, das ist durchgeheller jetzt wird angegriffen Tür rechts 4 macht auf sehr lang macht zu und weiterkehre links in früh scharf rechts 30 1 links innen und leicht links in 2 links kurz überkuppelt in 6 rechts und 2 rechts macht auf in 1 links 30 leicht links langsam 70 oh oh ah oh 6 rechts Zeit gut gemacht direkt wieder auf Wegwerf kurz 110 die schönen den Schwung noch am Heck von der Dreierkurve da brauche ich dann nicht den Erzgang 30 scharf links 40 3 rechts kurz und leicht links 40 und späte 4 rechts lang macht zu 20 kehre links nein dann kackst du mir hier nicht ab streng verboten links halten 50 früh 3 links in leicht rechts und 5 links überkuppelt sehr lang oh warum ist dir die letzte Sextion immer so ekelhaft in 2 links 30 1 rechts lang 30 6 rechts 50 ich hasse alles ich wünsche dich für League of Legends Spieler leicht links überkuppelt macht zu 100 den könnte ich auch viel besser im internationalen Sektor beleidigen dass ich auf Englisch für Schimpfwörder alle drauf hätte das ist unfassbar ah 11 Sekunden wieder 59,2 ui nach den Runs habe ich irgendwie beim Ausatmen immer so bisschen das Gefühl dass einfach meine Seele gerade den Körper verlässt so ah ja gut den Scheiß gebe ich mir nicht ach man ey wie kann ich denn wieder 27 Sekunden hinten sein was fahren die denn hier für Jahrhundertzeiten der Patch ist schuld wo die letzte Rallye die ich mit dem RSI gefahren bin oder mit dem Porsche gefahren bin ähm das war ja eine Asphalt Rally wo ich gesagt ey das fährt viel zu gut trotz Heckantrieb aber jetzt bin ich einfach gestoppt auf Schotter auf dieser Etappe sind Geschwindigkeit und Konzentration gefragt und diese Konzentration muss für die gesamte Dauer der langen Strecke beibehalten fährt 60 kehre links viel Glück wow die Folge der langen Stages haha nun was wie ist die beste Folgendweise slow and steady oder durch drücken das Ding ich finde es einfach gleich selber heraus oh hatte ich gerade wieder ein bisschen T-Ring ja ja gerade warst du wieder ist ja ekelhaft T-Ring immer noch nicht hundertprozentig beseitigt und leicht rechts leicht links und 6 rechts 40 4 rechts nicht schneiden und 3 links innen 60 leicht rechts stürmischer Anfang in 1 rechts kurz 120 3 links innen und 5 rechts 40 2 rechts verdeckt und späte 3 links macht zu und 4 rechts innen 30 früh 3 rechts über Kuppe 40 3 links 40 6 links früh habe ich glaube ich schon lange nicht mehr gehört und 6 rechts über Kuppe lang wurde das vom verbackten Groh ersetzt 40 4 rechts verdeckt 60 3 links innen 30 so ist ich weiß jetzt nicht mehr so Kontext von Groh wann es wo verwendet wurde sonst hätte ich schon mal ein bisschen eingrenzen können ja ja kommt hin oder komme ich hin 5 rechts 5 rechts macht zu 3 30 4 links kurz 50 späte 6 links über kleine Kuppe nicht schneiden und leicht rechts 100 langsam leicht rechts 30 4 links kurz 50 6 links 5 links halb lang macht zu 40 Gott oh Gott rechts hat eingetaucht scharf links halb lang 30 1 rechts innen 50 leicht rechts sehr lang 60 langsam 6 links über Kuppe und sofort kehre rechts 60 kehre links und leicht rechts 100 nein nicht so viel eindrehen ja passt Antikatpa war Antikatpa war weiter innen langsam 6 links kurz 40 späte kehre rechts 40 leicht rechts 50 langsam 6 links kurz 40 kehre links mach zu und 5 rechts 60 shit ach man wenn man eine Kurve schön nehmen will aber dann wieder hinten nirgendwo aneckt so dass der der ganze Flow einfach weggeheatet wird Achtung 4 rechts über Kuppe macht zu nicht schneiden in 4 links und 3 links halb lang macht zu nicht schneiden und 1 rechts halb lang macht zu wird enger und 3 links macht auf in scharf rechts kurz in 6 links 40 6 rechts über Kuppe 50 6 links weg von der Kante 40 leicht rechts bremsen in 6 links kurz 60 verdeckt 3 rechts macht zu in 2 links und 4 rechts nach Kreuzung 30 5 rechts ah das war die 2 links so hätt ich ja so easy im dritten bleiben können macht auf 5 50 4 links kurz in 6 rechts 50 Abzweigung kehre rechts 40 4 links macht zu 2 30 ich glaube sie wollte an der Stelle nicht 1 halb lang 30 weite kehre links und scharf rechts und 6 rechts und 4 links 50 2 rechts macht auf 100 Abzweigung 1 rechts und 6 links halb lang Achtung macht zu 1 innen oh Gott das Auto manchmal mit mir kommt wenn man denkt man hat das Auto verstanden dann kommt noch mal so ein Schlenker 6 rechts 6 links 6 links langsam 70 1 links halb lang macht zu 90 scharf rechts 40 5 links bald Zaun in 4 rechts 4 links kurz 40 3 rechts 1 links oh warum der Schlenker da war er wieder den ich nicht ralle ah schief ah doppel shit 40 3 links macht zu kehre ich glaube die reif sind schritte 80 späte kehre rechts 30 1 links 40 5 links kurz 80 späte weite kehre rechts 80 leicht rechts 70 oh no 2 links macht auf 70 6 links 50 6 links über Kuppel innen langsam 50 scharf rechts 30 2 links 30 scharfe kehre links nicht schneiden und 2 rechts macht zu 1 und scharf links 30 5 rechts 40 bremst Kuppel sofort 3 rechts 120 3 rechts innen 30 3 links kurz in frühe 2 rechts in frühe 2 links 40 5 links und weite kehre rechts 50 leicht rechts und 3 links kurz in leicht rechts 50 späte späte 1 links macht zu und kehre rechts macht auf 30 4 links lang in späte kehre links macht zu und früh scharf rechts 80 über dem macht zu und 1 rechts kurz 80 2 rechts nicht schneiden 30 scharf links Ah, why? 50, 5 links, innen, in leicht rechts, 50, 3 links, halblang, mach zu, in den Schaden rechts, 60, leicht rechts, 50, 6 links, langsam, 50, 2 links, innen, 3 rechts, mach zu, 70. 2 links, mach zu, 1, in leicht rechts, 50, leicht links über Kuppel, 30. Ich hoffe, ich erkenne die Kurve wieder. Bremsen, 6 rechts, 6 links, in leicht rechts, und 2 links kurz, 30, 2 rechts, lang, 30. Oh nein, oh Gott, no, oh Gott. So, Beifahrer noch neben mich, jetzt ist ein Wunder. 5 links, halblang, und 4 rechts. Und dann einfach, mit der hätte gesagt, ja komm hier, ich hab dir auf einen Handy den Spahnachricht geschickt. Wenn du startest, schalte sie einfach an. Solange du keinen Unfall baust, müsstest du halblings hinhauen, mit dem Timing. Oh, Timing, oh ja. Ungewollt in Beifahrernahme bin ich zu, 60. Es ist Timing oder Taiming. Perfekt abgestimmte Zeit. Oder zufällig perfekt abgestimmte Zeit. thailändische Kampfkurs. Oh, shit. Weitekehre rechts, mach zu. 40, scharf rechts. Die Reifen sind wirklich durch. Wie das Auto mittlerweile immer ins Rutschen kommt. Ha, ha. 30, 4 rechts und 3 rechts. Nicht schneiden. Oh, okay, da war ich jetzt zuläppig auf der Kupplung. Da ziehe ich eine. Da war ja gar keine Kraft drauf. Da können manche Leute die Kupplung ja stärker angucken, als ich da draufgedrückt habe. Alter, was ist denn da los? Das war gerade so eine Kurve, die kattet man gerne mit dem Eiradler. Da können Boden wählen, ist da eigentlich alles komplett egal. Und 4 links, mach zu. Und 4 links, mach zu. In 3 rechts kurz, 40. Und schluck auf. Weitekehre rechts, 30. Zu viel trockene Wüstenluft. In Griechenland. 1 links, innen. Und 6 links, kurz, 40. Kehre links. Oh, oh. Du mach einfach schon vor der Kurve, weiß, das wird gleich richtig hart. Ey, das wird gleich unangenehm. Oh Gott. Ist das längert gerade? Ja. Ich mach kein Vertrauen mehr in das eigene Material. 30, 1 links, halb lang. Und 3 links, kurz über Kuppel. In 4 rechts, lang. Und 3 links, mach zu, wird enger. Und 6 rechts, mach zu. In leicht links, 30. Ja. 2 links, mach auf, mach zu. 3, 80. Übrigens, was ich letztens gesehen hab von Turtle Beach, so eine so Instagram-Werbung. Die haben jetzt mittlerweile auch Simracing, so ein Umreißrad. Und da noch so mit Zusatzknöpfen, wie halt, die halt so ein bisschen angelehnt, das sind dann Mittelkonsole von einem GT3. Ganz klasse, nicht? Nicht einfach wie gerade Porsche fahren in der Porsche-Welt. Links über kleine Kuppel. 30, 6 links, bremsen. Und 5 rechts. In 3 links, kurz, nicht schneiden. Und 4 links, 40. Das ist fucking Turtle Beach. Ich kenn ihn nur vom, äh, äh, das sind für mich nur Kopfhörer-Menschen, keine Simracing-Menschen. 30, kehre rechts. Aber sagt auf jeden Fall mir, dass Simracing immer beliebter wird. Ja, generell, ne, ja. Ein bisschen, ne, Auto, Auto fahren. Und 4 rechts. In Abzweigung, 1 rechts. Halb lang, mach zu. Und scharfe kehre links. Oh, yeah. Und 6 rechts. Beste Kurve der Woche. 4, nach Kreuzung. Ein eigenes Highlight-Format. Ich präsentiere die Kurve der Woche. Und 5 rechts, 50. 5 rechts, 60. Ey, ich hab alles richtig gemacht. Warum wollte er nicht? Schneiden. Und 5 links. Halb lang, 50. 5 rechts, scharf, 30. Und leicht links, 40. 3 links über Kuppe. Über Kreuzung. Oh mein Gott. Oh. Und leicht rechts. Langsam, 100. Abzweigung, scharf rechts. Nicht schneiden, 30. Leicht rechts. Leicht links, 30. Kehre links. Und scharf rechts, kurz. In 5 links, 5 rechts, 30. Wir fahren, by the way, schon 14 Minuten. Achtung. Sind aber mittlerweile schon knapp über der Hälfte. Ja, ja, ja. Leicht rechts, bremsen. Das müsste aber nicht mal viele Kilometer sein. Solange die Kurve einfach dementsprechend kurvig ist. Die Kurve kurvig ist. Weil natürlich die Stage kurvig ist. Leicht rechts, 90. Drei rechts, kurz. Und 2 links, innen, 60. Zwo rechts, scharf. Boah, ich hab grad mit rechts, bremsen. Und 1 links, 30. Drei links, macht ab, viel lang. Weil, warum? Geht auch mit links. Und kehre rechts. Und scharf links, macht zu. Und 6 rechts, in 5 rechts, in 5 rechts, halb lang, macht zu. In 4 links, kurz, wird enger. In 6 rechts, 40. Witzig, dass hier alles ist. Ist ja eh kraft. In den nächsten Mal bei so einer langen Stage stehe ich mir einfach, äh, hier so ein Handtuch mit. Scharf links, macht zu. Es ist, es ist, es ist einfach minus 1 bei uns draußen. Ich will gar nicht, ich will mich gar nicht an die Zeit zurück erinnern, wo ich Rallye-Spiele im Sommer gefahren bin. Also, beziehungsweise, ne, letzten Sommer. Einfach, die Zeit wird einfach immer verdrängt. Mach zu, innen. 30, 1 links, ja. Das ist ja ein bisschen hektischer bei mir, was soll das? Körperhaftig. Kurze, kurze Dauerraffung. Für die nächsten, wie viele Kilometer fahren wir noch? 7. In 3 links, scharf. 9. In 2 rechts, kurz, 80. Ich glaube, 7. 6 rechts, bremsen. Und 3 links, innen. In 4 rechts, 60. 6 rechts. Das war mir geklingelt. 6 links, 40. 3 rechts, nicht schneiden. Macht auf, 40. Späte 1 links. Und 5 rechts, 80. Es ist Lego in Anmarsch, beziehungsweise, Klemmbaustein. Nur nicht Lego. 6 links, rechts. In 4 rechts, nicht schneiden. Macht auf, 60. 5 links, macht zu, 90. Es wird ein Hit. 3.300 Teile. 4 rechts, macht zu. Und 4 links, kurz, in leicht rechts, 80. Ich habe kurz gedacht, ich hätte irgendwie eine Special-Taste gedrückt. Weil statt einmal Scheibenwischer bin ich da panisch zweimal entgegengekommen und auf einmal hat sich die Mutter abgehoben. Und wie habe ich das denn jetzt gemacht? Späte 2 links, macht zu. Ja, der Weg war einfach. Und 3 rechts, macht zu, in 2 links, kurz. Es gibt auch einen Grund, für die in der Fahrt nicht mit dem Busfahrer sprechen. Und 1 links, kurz, innen. Und dass man nicht mehr so konzentriert bei der deutschen Sprache dabei. Antworten können kommen, aber das sind jetzt nicht die bildungsreichsten. Nichts, wo man zitieren sollte. Hätte ich eigentlich so durchziehen können, die Kurve. 4 links, macht zu, in 5 rechts kurz, bremsen, 50, kehre links. 60, 5 links, macht auf, 70. 3 rechts, macht zu, 40. 2 rechts, innen. In 6 links, 60. Achtung, späte 3 links, kurz, in 5 rechts, und 3 links, macht auf, 50. 3 rechts, kurz, in scharf links, kurz. Und 4 rechts. Und 3 links, macht zu, und früh 2 rechts, nicht schneiden, 100. Dann bist du verwundert, wie früh diese 3 rechts kurz angesagt wurde. Achtung, späte 1 links, in leicht rechts, langsam, 60. 6 links, kurz, 30. 1 rechts, und scharf links, kurz. Und 1 rechts, halb lang. Macht auf, 50. 5 links, 5 rechts, und 3 links, macht zu, 70. No. Achtung, 5 rechts, in 6 links, in 4 rechts, innen. 40, 6 links, 6 rechts, bremsen, 40, 4 links, in 3 rechts, innen, und leicht links. Macht zu, 62, Boah. War da, dober, Kontakt. 3 links, und späte 2 rechts, 80. Spät, scharf links, kurz, und früh 3 rechts, 50. Kehre rechts. 50, 3 links, macht zu. Okay, schleichen wir mal kurz rum. Und 2 rechts, komplett gechoked. Frühscharf links, 40. 4 rechts. Gott. Die Reifen müssen auch wirklich durch sein. Oh Gott. Und 2 links, und später 1 rechts, lang. Jetzt sehe ich wieder was. Ich bin alle attackiert. Und 4 rechts, macht auf, sehr lang, macht zu. Und weiterkehre links. In Frühscharf rechts, 30. Oh no, oh no, warum spiel? Du Dreckzau, du. Du, 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 du Dreckzau. Toll, willkommen bei Spaceballs. Kurz. Ah, fach. Ah, es hat sich auch abgezeichnet. Immer rutschiger. Ach, schade, ey. für immer so im 5-Sekunden-Fenster. Lass mich auf der Pace, die Zeit ist bereits weg. 6 rechts, und 3 rechts, in Scharf links, und wie weg sie ist. Langsam, 6 rechts, lang, in sofort, 2 rechts, innen, 30, Scharf links, 40, 3 rechts, kurz, und leicht links, 40, und später 4 rechts, lang, macht zu, 2, 50, kehre links. Links halten, 50, früh 3 links. Okay, da hatte ich ein bisschen sehr Angst, mit abgeschlabberten Reifen, back up, stark ausgeben, zugehen gelenkt, weil ich dachte, da passiert gleich was, aber, ist nichts passiert. Oh Gott. Mal ein bisschen hier, hüpf, was? Ach scheiße, ist es wirklich weg, ne? Ich fahre aber auch 21 Minuten, also wer kann denn damit, mit benüpfigen Fahrleistungen, rechnen? Ah. Ich fahre jetzt fast 22 Minuten. Alter, Vater. Okay, das ist eine Zeit von 23 Minuten, 59,8. So, wenn ich jetzt an der Wand lang schraube, jetzt aus, äh, nach dem Ziel, da passt jetzt natürlich nichts. Da, da geht alles klar. Ah, puh, 22 Minuten gefahren. Bist du deppert. Alter, bin ich durch. was für eine Leistung, ein Rennen auf höchstem Niveau, hat sich für diese Schlusssektor, hat er mich gekillt. Ah. Wo war ich denn hier so immer drum? Äh, war an sich immer, immer richtig gut dabei. Nie, nie so richtig besser, immer so dabei, bisschen schlechter und dadurch halt ein bisschen die Zeit gesammelt und dann zum Schluss einfach der, der Big Drop. Oh, no. Bitter. Bitter, bitter, bitter. 2,28, der Rückstand. Krieg ich? muss PC noch kriegen für einen Trostpunkt. Das holen wir uns morgen. Aber sowas von. Bye, have a great time.